Ja, wieso? Das ist doch noch ein guter Verklett-Grill. Den kann man doch noch mal nehmen. Wieso willst du den denn nicht? Das stinkt aber irgendwie. Ich will den nicht behalten. Kannst du doch noch mal mit den Bauchpinseln damit. Wenn ihr Interesse habt, schreibt einen Kommentar. Ich hoffe, dass das dann schon weg ist. Das will ich auch machen. Mach's richtig. Also ich isse nie Raclette. Du hast ja auch gar kein Raclette. Es ist immer peinlich, wenn man mit anderen Raclette isst, weil alle sind dann nach drei, vier Pfändchen fertig und ich nach der zwölften dann immer noch da am Schaufeln. Das ist peinlich, muss ich sagen. Da fällt es sehr auf, wenn man mehr isst als andere. Ja, das fällt dann auf. Also teilweise wirst du langsam auch ein bisschen dicker. Nee. Natürlich geformt man das. Wir sind jetzt hier angefangen und du hast bei eBay Kleinanzeigen viel reingestellt. Das wird kostenlos abgeholt, weil du willst die schönen Sachen ja nicht behalten. Verstehe ich eigentlich gar nicht, aber das ist ja so. Ja, wir haben einiges reingestellt und es wäre schön, wenn die das noch nutzen. Was soll das? Wenn das einer noch nutzt, ist doch gut. Die kann man doch noch mal nehmen. So wird hier aufgeholt. Streusalz. Wenn ihr irgendwo in Süddeutschland wohnt, wo man viel Streusalz braucht, könnt ihr euch bei uns doch wegholen. Wir haben es ja nicht. Du wirst nur einmal hierher fahren. Einmal hier nicht in Ordnung. Das macht sicher Sinn. Wir haben ja nicht mal einen Bürgersteig vorne. Nee, guck mal hier nicht. Hier. Hier gibt es auch noch Trüffel. Ich werde noch Trüffel haben. Oh Mann, Moment. So, jetzt will ich morgen doch tatsächlich hier mal diese blöde Bank abholen. Das heißt, du müsstest einmal diese Bank leerräumen. Also ist es so, dieses schöne Müllstück, das wollten wir eigentlich erhalten in einem... Quatsch. Nee, das haben wir bei Ebay verschenkt. Da wollte jetzt einer vorbeikommen. Aber jetzt haben wir gesehen, hier ist noch ganz viel Scheiße drin. Das will der wahrscheinlich nicht haben. Deswegen holen wir das auch noch einmal raus. Ja, hol raus die Kack. Aber ich muss in einem Müllsack... Was ist das denn? Ein Handy? Nee, ein Taschenrechner. Ja, warte. Boah, sch... Stinkt. Das stinkt richtig da drin. Hat die Katze reingeschissen. Hier, Heilkräuter aus dem Garten Gottes. Freut der Bibel. Du hast sie aufbewahrt, aber wenn das stinkt, ist das auch nichts. Ja, das hat sie dann nicht gemacht hier, ne? Das dürfen wir machen. Sie hat das hier gelassen. Wir haben ihr gesagt, sie soll das alles mitnehmen. Was ist das denn? Das ist Deko. Das ist Deko-Granulat. Das braucht man doch. Das ist ja schön, ne? Das ist wirklich schön, die ist funkelnd. Plastik. Hallo, liebe Punkt, Punkt, Punkt. Alles super hier. Und fliegen ist einfach nur geil. Viele Grüße. Fliegen ist einfach nur geil. Sunny Beach, ne? Also, dass das so stinkt, ne? Das ist echt eklig. Ja, die Katze war da drin. Achso, der Hund im Keller und die Katze hier. In der Bahn. Oh, mach weg. Mach weg jetzt, nein. Hier, die kann man noch nehmen. Was soll das sein? Ja, stimmt. Die kann ich noch zum Grillern finden. Na, Olofs, ich will dir die schenken. Das Bild, das finde ich besonders schön. Da hängt die schon ins Bild. Ja, nein. Hier, ein Set. Da hast du nicht so Ringe auf dem Tisch. Ja, in Null. Was ist das? Das ist eine Samsung-Batterie. S5. Nein, nein. Der ist noch gut. Nein. Schmeißt weg die Scheiße. Was ist denn das hier alles? Schmeiß ich noch so? Noch richtig so. Was ist das hier für eine Ordnung? Ja, und? Das will es auch keiner mehr haben. Brauchst du ihn nicht aufbewahren. Boah, stinkt das. Es stinkt. Das glaube ich, für sofort. Das soll da noch einpassen. Also, was? Das ist einfach nur gammelig. Was ist gammelig? Wie du das machst oder wie das ist? Was sagt man denn so viele Aschenbecher da drin? Was ist denn nur das Kastik da rein? Was ist das? Ja, sowas muss man dann selber machen, wenn man sowas entrümpeln will. Aber lassen es machen, weil das ist halt auch viel Arbeit. Bisschen sortiert muss das ja auch werden. Muss man wechseln? Ja. Dann hast du ja leer gekriegt jetzt hier die Wanne. Alles Müll. Müllsäcke. Hier liegen doch deine Handschuhe. Die hast du doch eben noch gesucht. Ah Mist, hab ich nicht gewusst. Ja. Aber so wie das hier aussieht, muss ja jetzt ja dringend nochmal aufgeräumt werden. So viel Müll noch hier. So Leute, ihr seht schon. Gleich kommt der neue Teppich. Dann wird der schön verlegt. Nee. Doch nicht. Schön wär's. Nee, wir sortieren so ein bisschen, was hier so rumliegt. In Papier, Kunststoff, Holz. Fliesen. Die kannst du doch nochmal nähen. Hier noch zwei Quadratmeter in Fliesen. Bauschuttverkommen hier. Das bringt glaube ich auch nichts, was ich hier mache. Das muss ja sortiert werden. Das kannst du ja nicht einfach so irgendwie... Rohrisolierung, die können wir auch nochmal, Junge, wieder nehmen. Hier, wieder angeknabbert, ne? Wie im Keller. Da war die doch auch so angeknabbert. Ja, hast du für die Einweigerungsparty was gefunden? Ja, auf jeden Fall kannst du die dann auf die Wodkaflasche und dann kannst du schön, ohne dass das gluckert, dann zapfen. Wird ordentlich gefeiert, du. Ja, auch so, ne? Das kannst du natürlich nochmal nähen, ne? Ach, scheiße, ich will nicht so viel, was man nochmal nähen kann. Was soll das jetzt mir jetzt sagen? Unten wäre ich hier mit Festigungssteine. Hier, wir können doch jetzt nicht hier die tausend Schrauben sortieren. Die schmeißen wir ganz die Sachen. Schäfer, schäfer. So, der hier ist voll. Der nächste, bitte. Was soll der Quatsch mit diesen ganzen Muscheln hier eigentlich? Altpapier von vor 50 Jahren, jetzt wird's entsorgen. Hier, noch mal knicklich. Wieder einwegschmeiß. Schmeiß halt die Scheiße. So was, ne? Jetzt im anderen Metall, da. Du, ich will nicht, dass das dann heißt, ich hätte hier jetzt auch stehen lassen. Hier, wo sind die Briefumschläge? Lohnsteuer 2000. Kleiner Wachgeber. Was ist das denn da wieder? Hiermit bestätige ich einen Betrag von 10 D-Mark für die Disco, von dem ich in der nächsten Zeit zurückzahle. Frank, Betrag dankend erhalten, 16.02.92. 30 D-Mark für Süßigkeiten, Betrag dankend erhalten. Kraus, hier liegt Scheiße. Das ist echt Scheiße hier. Wirklich? Ja. Ja, die Katze liegt halt. 3 Euro, Betrag dankend erhalten. Deswegen riecht das hier auch so komisch. Weil da einer in die Ecke geschissen hat. Hier hat einfach einer in die Ecke geschissen. Was, du doch, gib doch zu. Gib doch zu, dass du da in die Ecke geschissen hast wieder. Töt das an, hier ist die Scheiße. Da liegt die Scheiße offen rum. Ja, guck mich nicht so an, ich war das nicht. Das ist ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ein bisschen. Das ist wirklich eklig. Ja, jetzt musst du die Scheiße auffegen dahin. Mach das mal vernünftig. Das macht Spaß, ne? Das ist schon zu Staub zerfallen. Blumen drin. Nee. Die kommen so mit weg. Ich mach das schon gerne, dass ich dann die Papierservierten da rein tue. Plastikvertrag dann hier rein, weil ich mach das nicht, wenn man das Gemüse mit... Schlittschuhe in Größe 41 zu verschenken. Nagel mit Draht zu verschenken. Was wolltest du damit machen? Druckspüren. Kann man nehmen, um Tapeten abzulösen. Einiges kommt uns ja doch weggelegen, was hier so gefunden wird, ne? Dann können wir Schlittschuhe anziehen. In die eine Hand eine Handsäge nehmen. In die andere Hand eine Schwüllflasche. Und dann können wir hier rumlaufen und... Na ja, oder wir machen es doch mal. Überlassen. Oder hier die schöne Aussicht genießen. Guck mal, Tiger Kira. Ne, der kommt auch mit Müll. Der Müller haben wir mit Müll. Sehr geehrte Frau. Sie haben sich für ein EWI-Mobilfunkprodukt entschieden. Herzlichen Dank dafür. Was ist das hier? Ein Holzschemel. Weiß ich nicht. Hat man früher raufgeschissen. Keine Ahnung. Was ist denn mit dem Schrank hier? Die geht sogar noch. Hinten die nicht so? Und dann kann man die hier so ranklegen. Lecker. Ja, für die Sicherheit, ne? Die schönen Dekoartikel. Kommt, mach weg die Scheiße. Ist kein Schein drin. Okay, du brauchst noch nicht zwei Tapeten-Tankenroller. Schmeiß einen weg. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh, ja. Wahrscheinlich ist noch irgendwo einer. Wir tapelzieren doch gar nicht. Also, die sind auch echt drödelig. Einiges, ne? Ever, ever würde Papa den wegschmeißen. Der hat selber 20 Pinsel bei sich liegen. Wir brauchen noch nicht 100.000 von diesen Dingern. Die Angel, der Angelkoffer, das rote Ding, alles im Müll. Der Angelkoffer? Da kannst du ja gucken, wenn noch ein Blinker drin ist. Aber ein bisschen hat er so viel Blinker. Find man doch weniger. Ja, du also kann man doch nicht sage, was die Ich weight gemeint. Genau das auch da sein, als ich in die måste, mir im Müll. Das war das chúngpas nicht compete. Maker Ap governing sichuser. Aussożenie. Oderunter whatever. Ich müsste diese Summen an. Über reverbertsdisplay. DarwärtsBTÖส Untertitelung des ZDF, 2020